Mein lieber David hat in Afghanistan einen Attentäter festgehalten lassen und damit 22 Soldaten das Leben gerettet. Das war ein kleiner Junge. Er hat ihn erschossen. Er hat erst 20 Jahre das Leben gerettet. Wir sind noch nicht fertig, Hauptgefeiter Kleinschmidt. Über den weiteren Verlauf Ihrer Angelegenheit werden Sie über den Postweg informiert. Jetzt! Der war zu hoch! Wann quatsch nicht? Komm! Sie müssen hier nicht den großen Macker spielen. Ich weiß, dass Sie seit dem Vorfeld Bettmesser sind. Nimm die Knalle hoch. Puh! Danny hat gestern ins Bett gemacht. Er ist launisch seit der Mitte unterwegs ist und frech. Ja, der wird erwachsen. Aber nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ich habe keine Probleme. Sieg doch das im Leben. Keine Worte. Sehr gut! Nein! Nein! Sag mal, Benni, wie findest du mich eigentlich? Toll. Oh, Mann! Yes! Ich weiß! Vielen Dank.